Die besten Kahoot-Namen. Mit Luca. Bitte nicht. Adams Apfel. Für alle, die nicht wissen, was ein Adams Apfel ist. Das hier. Carrie Potter. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. No, heiss. Lulatsch. Für alle, die nicht wissen, was Lulatsch ist. Groß und dünn. Also so wie ich. Wow. Reiner Wahnsinn. Der ist gut. Und ist so das Gegenteil von meinen Videos. Also, ja. Schön hart reinlunzen. Und da bin ich auch schon raus, ne? Und nicht vergessen, um mich zu de-abonnieren, müsst ihr mich erst mal abonnieren. Ruh, 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 ruh.